Das Ferienhaus befindet sich in einer schönen Siedlung direkt am Deich. Der historische Ortskern, Einkaufsmöglichkeiten, Strand, Meerwasserwellenhallenbad und weitere Freizeiteinrichtungen sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Im Erdgeschoss des Ferienhauses befindet sich ein großzügiger Wohn- und Essbereich mit Ausgang zur Südterrasse. Die Küche mit Geschirrspüler ist komplett eingerichtet. In der gemütlichen Sitzecke finden Sie einen Fernseher mit DVD-Player. Zusätzlich können Sie im gesamten Haus über WLAN verfügen. Neben dem Bad mit Dusche im Erdgeschoss gibt es zusätzlich ein Bad mit Badewanne im Obergeschoss. Dort befinden sich ebenfalls zwei Schlafräume. Ein Doppelzimmer und ein Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten. Die ruhigen und separaten Schlafzimmer garantieren für Wohlbefinden und erholsamen Schlaf. Gerne stellen wir Ihnen auch Bettwäsche zur Verfügung. und das ist ein Schlafzimmer mit einem Schlafzimmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns万 ja nutzen und man schon imzess therapy.